Auf nimmer wiedersehen! Unordentliche Wäsche mit dieser platzsparenden Wäschebox namens Selector. Sammeln und sortieren Sie all Ihre Wäsche im Handumdrehen mit zwei Wäscheboxen in einer. Das intelligente Design macht es ganz einfach, die Wäsche einzuwerfen und wieder herauszunehmen. Das ist möglich, da der Deckel mit einer Quick-Drop-Öffnung ausgestattet ist, die Sie beim Einwerfen der Wäsche nicht abzunehmen brauchen. Außerdem lässt sich der Deckel ganz einfach auf dem Rand hochstellen, wenn Sie Wäsche herausnehmen möchten. Ist heute Waschtag? Die Wäschebox hat einen herausnehmbaren und waschbaren Wäschesack aus Baumwolle mit zwei Innenkammern und praktischem Klettverschluss. Perfekt, um die Wäsche darin zur Waschmaschine zu bringen. Die Belüftungsöffnungen unten lassen der Wäsche Luft zum Atmen und der Kunststoffring auf der Unterseite schützt den Boden. Die Wäschebox hat einen Kunststoffdeckel und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Die Wäschebox hat einen beeindruckenden Inhalt von 55 Litern, ist 63 cm hoch, 45 cm breit und hat eine Tiefe von 29 cm. Dank seines praktischen Designs kann der Selektor eng an eine Wand oder einen Schrank gestellt werden. Und es gibt sage und schreibe 10 Jahre Brabantia-Garantie für Sie. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018